Die aktuelle Situation seit der Coronavirus-Pandemie macht auch denen das Leben schwerer, die es ohnehin nicht leicht haben. Wir haben mit Verkäufern und Verkäuferinnen des Global Player über die notwendigen Schutzmaßnahmen vor einer Coronavirus-Infektion gesprochen. Der Coronavirus-Infektion, ich möchte, dass alle Anzüge in den Sekunden die Hände in 20 bis 30 Sekunden und eine Distanz von 1 Meter. So we can maybe start again failing our papers because with this virus it's a little bit difficult to get customers. So we have this problem. So I wish everybody to follow the system. Maybe there will be more changes.